So, Tinder-Dates sind doch bestimmt die besten. Also ich hab, das Ding ist, ich hatte mal Tinder, aber also damals war ich, ich war vielleicht blauäugig oder so und vielleicht war das auch damals noch gar nicht so, aber ich hab damals Tinder wirklich gehabt und serious versucht, da was zu reißen. Während viele das ja irgendwie, während ich dann irgendwann mal gehört hab, das ist so eine Hums-Plattform, ne? Und ich war immer so dieser, ich hab voll die Trier-Texte da geschrieben, aber mit Tinder hatte ich nie erfolgt, so gar nicht. Und vor allem ist das total dumm, es gab echt viele, die auch so gemacht haben, dass sie, dass sie so ein Match für mich haben, also ne, du swappst ja so durch. Es gab halt wirklich viele, die gesagt haben, ja, ne, Tobi, den mag ich. Und du schreibst es so an, es kommt nichts mehr zurück. Ich glaub, das ist halt einfach nur, weil die Leute so einfach so durchswappen, so. Kein Plan. Also, die machen wir jetzt übrigens richtig kalt. Also so richtig kalt machen wir die. Holy shit, werden wir die lang machen. Ich glaub, ich wurde einmal gefriendzoned. Also was heißt gefriendzoned? Ne, ich wurde einfach, es hat halt nicht geklappt. Und dann heißt es halt, ja, wir können ja Freunde sein, so. Aber, im Prinzip, war das kein Trendzoning, sondern, im Prinzip ist das die Art, einer Frau zu sagen, da zwischen uns passt nicht. Aber ich möchte dich nicht verletzen, also können wir ja noch Freunde bleiben. Leute, ist das eigentlich okay, wenn ich sie lang mache, oder nicht? Das müsst ihr mir sagen, ob das okay ist. Frage ist, ob ihr überhaupt das Mana habt, die zu traden. Aktuell nämlich eher, hätte ich gesagt, nicht so. Lohnt sich das, den Q-EQ-Trade zu machen? Ich glaube, EQ ist besser, oder? Weil, also, klar ist EQ, E, E, nein, Q, EQ besser, aber ich hab halt nicht so viel Mana. Und ich glaube, mit Q-E, äh, mit EQ, boah, ich sag. Mathemann. Mach ich mehr Damage für das Gleiche, also für Mana effektiv, oder? Ach, ihr habt ja nicht verstanden, was ich meine. Let's go. Hilf mir, Mathemann. Auch ich habe ein mathematisches Problem. Hallo? Mathemann. Also, noch einmal. Ich glaube, EQ macht, wenn man das Mana und den Damage zusammenrechnet, mehr Schaden als Q-EQ, oder? Also, Damage pro Mana. Das ist, was ich sagen möchte. Damage pro Mana. Also, ich bin voll der gute Rise gerade, oder? Voll, voll die Mechanics bisher. Nicht, naja. Ja, aber wir haben jetzt halt leider kein Mana. Hätte ich mehr, jetzt kommt der Nächste vorbei. Was ist denn hier los? Das ist ja wie im Laufhausgapper. Ja, ich würde sagen, wir machen meine Träne fertig, damit wir mal Mana haben. Ja, outplayed, Leute. Na, wenn ihr mal Fragen habt, also ich glaube, ich mache dem nächsten Rise Guide einfach. Wenn ihr mal Fragen habt, dann könnt ihr einfach fragen, ne? Dann gehen wir nochmal direkt shoppen, weil ich habe irgendwie schon wieder mein ganzes Mana gewasted. Eigentlich muss ich nicht shoppen, aber das ist einfach GG, aber dafür bin ich ja jetzt Rise Man. Na, guckt euch die Lastsits an, Leute. Holy shit. Ich bin Eisen hier so. Hast du mit W gestartet? Ich habe mit dem First Blood gestartet. Würde ich auch empfehlen. Oh shit, Ari ist unten. Ich habe leider kein Teleport. Das ist jetzt schlecht. Ich vertraue einfach auf die Überlegenheit meines Teams. Ja. Kommt rein. Okay, weil dadurch kriege ich gleich mehr Geld durch über Ari. Das ist okay. Ich finde sowas auch ziemlich dumm. bei solchen Champs ist es halt wirklich krass, muss man sagen. Habe ich überhaupt Schaden gemacht, Alter? Ich meine, okay, er hat sich geheilt, aber. Maschli-Punkte ist das Schlimmste, was Ride einführen konnte, weil Leute denken, Maschli-Punkte gleich Skill oder sowas. Was auch keinen Sinn macht, ist, was ich meinen Rise gerade, weil irgendwie, ich meine, okay, ich spiele nur so halb nebenbei, aber ich würde halt übel gerne Ari betteln, aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich nie Mana und die ist auch nie da irgendwie. So Leute, wir müssen die Date-Sache weiter ausbauen. Habt ihr schon mal zu einem Date was verschenkt? Ich habe mal ein UI verschenkt. Nein, doch. Aber also so am Ende, so als klein, als nach dem Date quasi, so als mini kleine Sache. Keine Date-Geschichte mehr, oh aha. Das ist mal was anderes, ja da, da, okay, nehme ich so an, No Name, aber da musst du was anderes droppen. Da musst du was anderes droppen, das ist der, der Deal. Das ist der Deal. So, ich kann doch jetzt hier E machen und dann auch sie eine Queue. Ja, nice. I like das. Wieso ist Ari nie da, ey? Hat sie jetzt schon wieder, nee, gekillt hat sie niemanden. Wir warten jetzt bis sie kommt. Renga kommt eigentlich auch gerade. Ich glaube, sie kommt gleich von hier unten. Hey Leute, ich habe das, I got this, Leute. Ich zeige euch jetzt, wie ich das gote. Wir machen jetzt erstmal so einen Side-Step, jetzt machen wir so, jetzt machen wir so, jetzt machen wir so. Ignite es drauf. Also es war eigentlich gut, aber, oh lol. Ach, das ist okay. Aber der Flash einfach, um es auszugleichen, damit es fair ist. Ich wollte ihr nochmal zeigen, hey, ich habe dich ohne Flash gekillt quasi. Das ist ja free. Price ist ja broken. Guys, I got this. Trust me. I'm high Master Smurf. High Master. Very high. So, wir haben jetzt Rocknei fertig, Leute. Richtig, Yile. Können wir den Tower taken, also wir würde ich gerne noch taken. Wir nehmen mal Ult, dann komme ich vielleicht gleich weg, wenn was passiert. Ja, scheiße. Ich könnte ja mal Botlane gehen, wir haben ja noch ein bisschen, Mann haben wir ja noch. Also ich bleib mal hier, vielleicht passiert da noch was und dann ansonsten gehen wir back. Very wenig machst du gegen Fat Jax. Very wenig. Ich will zum Battle Royale spielen, ich habe es vorhin bei Sola gesehen und der war die ganze Zeit, das Ding ist, ich habe Sola eingeschaltet, der hat es gespielt, war am tilten. Nein, doch. Dann war ich einkaufen, er ist wiedergekommen und er war immer noch am tilten. Was bedeutet etwas, das bootet? Das hat Maxim gleich erfunden. Es ist quasi boosted, nur ein anderer Begriff dafür. Da kommt der Gank. Frage ist, ob ich... Ja, Alter, ich bin gechar... Ich war im Ultra-Speed gecharmed, Leute. Ich dachte, ich laufe selber, aber ich war gecharmed. Ich dachte, ich habe einen eigenen Willen, den können wir baiten. Maschine! Was, 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 was? Oh, was, das wäre meine und dann springt er über den Queue drüber. Aber ich glaube, jetzt scale ich langsam richtig weg, Leute. Also richtig, ich bin bald strong. Ken hat noch keine Form. Ja, 13 Minuten ist mir auch schon passiert. Passiert den besten, Leute. Problem ist, also das einzige Problem ist halt Legend Jacks. Jacks ist gerade, ich meine, ich war ihn schon super lang, aber Jacks ist gerade einfach broken, muss man sagen. Wie funktioniert der Wavepeer mit Rise? Einfach alle Tasten drücken. I'm High Master Smurf. Oh, fuck das, Alter. Ja, free. Komplett free, Alter. Komplett free, aber ich wollte eigentlich in die Base. So, wir kaufen eine CDR-Schuhe und jetzt kaufen wir noch eins Buch. Leider kein Geld, aber let's go. Ich brauche jetzt hier einen Help, Boy. Ich glaube, ich bin schon tot, Leute. Obwohl ich lebe. Jetzt komm, den Boy götten wir jetzt. Direkt Ignite drauf und überleben. Nice. Ich habe zwar den König bekommen, hätte ich gerne, weil er gibt bestimmt viel Gold, aber es ist okay. Rise macht viel Schaden, aber so viel. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, da getten wir was. Leute, los. Da können wir doch was getten, Leute. Hier den vielleicht. Also ich habe noch Old, aber auch wirklich jetzt. Later. Geht da noch was? Ich habe Face Rush. Later. Alter. Hi Elo. Hi Master Smurf, Leute. Inzwischen. Jetzt getten wir die noch. Ich muss nur ein Cage drauf machen. Hi Master Smurf. Hi. Very high. Very, very high. Und noch eine E. Holy shit, ich bin eine Machine. Me, Machine. Ich bin die Me Machine. Das ist jetzt schlecht tatsächlich. Ach fuck, das Problem ist, ich musste halt stehen bleiben. Ich hätte vielleicht ein Stück laufen sollen. Okay, was geht's hier, Leute? Ich bin da, aber ich würde jetzt nicht so gerne auf den da eskalieren, aber hier nehmen wir Ja, ich bin da, Leute. Let's go. Ich will erst mal hier. Ich hoffe, ihr kommt mit, weil genau. Wo sind die geht nach? Einmal Rollentausch ist wie Uno. Einmal Richtung gewechselt. Können wir Richtung Wechsel Counterkarte machen? Der ist tot, Alter. Hallo? Du wirst jetzt erst mal festgehalten, du Roll. Hier für dich. Kugel. Ja, Mai, dann kläre ich das jetzt, Leute. Ich kläre das. Komm, Pull, Pull, äh, Baiting meine ich. Hier, zack. So einfach ist das. Solo. Irgendwann weggesolot. So, und jetzt gehen wir Botland weiter durchrasieren. Let's go. Let's go, boys. Ich take das. So, der wird erst mal gecaged. Solo. Da kommt eine E drauf. Oh, ich wollte den haben. Ja, later. Oh, das hat nicht ge... Aber jetzt. Later. Ja, das ist okay eigentlich. Kann man mitleben. Guter Flash. So. Äh, wir gehen jetzt Voididi, ganz ehrlich. Denn nur... Okay, hier geht noch was. Ähm. Free. Oh, das ist ja ein Gegner, der Djinn. Ich dachte, es wäre ein Mate. Ja, okay. Es war zu viel, Leute. Es war zu viel. Ich bin sofort da. Also gleich. Also sofort. Go. Go, 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 go. Go. War ja nur unser Supporter. Ja, later. Int. Schön, schöner Int. Noch mehr Int. Int, da sehe ich mich. So, hier unten war noch irgendwo was. Aber ich habe keine Ult. Schade, ich dachte, ich hätte Ult. Assassin Backdoor. Ähm. Okay, der ist weg. Jetzt wollen wir den Boy hier ab. Okay, ähm. Kurze Repositionierung. Machen wir jetzt mit dem da. Okay. Oh, hell no. Ähm. Der kommt safe nochmal. Fuck. Ich wollte eigentlich rauslaufen, aber er ist gefällt. Das war irgendwie worth. Bam. Ich würde sie übel gerne haben, aber. Okay. Ähm. Also. Ja, ne. Ich helfe dir. Ich helfe dir, weil ich ein guter Mann bin. Helfe ich dir jetzt. Ja, okay. Das war. Oh, doch. Das war okay. Guter Schaden. Schöner Schaden. Schöner. Ahaha. Huhu. Ja, komm. Come with me, bro. Come with me, bro. Ich würde nur treffen. Das wäre nice. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich gebe mir. Einer von euch beiden. Ja. Ja, okay. Ich bin. Ah, okay. Das war zu tief. Ja, ich gebe zu. Das war zu tief. Oh, was ein Game schon wieder, Leute. Was ein Game. Was soll ich da nur sagen. 623 Botlane. Da sehe ich mich. Die hat auf jeden Fall Spaß. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Die ist tot. Pew des Todes. Ah, schade. Das wäre auch cool gewesen. Können wir noch was machen? Leute. Ähm. Die brauchen Medic auf jeden Fall. Das ist ein safe. Safe. Das ist ein safe Medic. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, 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 ich brauche hier das... Oh no, Alter. Wirklich jetzt? Ich hasse dich, Alter. Leute, ihr seid zu spät in die Base gekommen. Och man, was ein Pisser, ey. Den reporte ich jetzt. Bis zum nächsten Mal.